mehr sachen rauskriegen beim brennen ist leider auch noch nicht da ist leider auch noch nicht released hat noch keiner nachgepatcht finde ich ein bisschen blöd wäre nämlich gerade zum ressourcenbrennen mega mega brauchbar gewesen aber naja gut okay kann sie nichts machen ich bin fast tot ja komm hier machte ich mal vom akada das doch auf fast level 24 das nächste mal wenn du ein bisschen monster jagen geht das recht zügig hier ich wollte eigentlich die diamanten jetzt raus kloppen werde es aber auch mal schnell machen sonst finde ich die nachher nicht mehr auch halt aber kommst du denn näher hier war gar nicht so verkehrt jetzt mal was zu futtern für den fast tot jetzt sehe ich das eben erst mal kam ran die treffen einen durch die blöcke das gibt es doch gar nicht okay da ist schon wieder der nächste sommer kommen die alle her hier ist doch wahnsinn so jetzt gehe ich aber erst mal die diamanten holen war das hier lang schon wieder keine ahnung ja das war hier lang so gucken wo die waren weiß ich natürlich wieder nicht mehr bin pro gamer da merkt man sich sowas nicht das findet man einfach wieder da hinten ist noch ausgefackelt er kommt runter wo waren die diamanten jetzt wieder verdammte angst da wir haben jetzt natürlich eine entscheidende spitzhacke hätten wäre jetzt natürlich knorke drei sind das auf jeden fall es werden sogar noch vier sehr schön wir werden sowas von draufgehen hier wir werden sowas von abnippeln hier das ist wahnsinn das weiß ich gar nicht hoch das müsste jetzt noch mal gucken ja komm wir nicht verstecken da das doch jetzt müsste ich noch mal gucken wie viel level wir brauchen wenn wir eine wenn wir eine komplett neue diamant spitzhacke nehmen zum reparieren der entscheidenden das geht über den ambos ja zum glück habe ich herausgefunden durch probieren beziehungsweise herausgefunden gewusst habe ich es eigentlich schon aber ich habe dann auch erst herausgefunden dass das billiger ist zum beispiel das wüsste ich vorher nicht hat da jetzt ein creeper boom weg das wusste ich zum beispiel vorher nicht dass das dann billiger ist ach wo kommen die denn alle her mit unsichtbaren kräften hier zombies vermöbeln wie es sich das gehört ist schon cool hat schon immer so zu dabbeln aber ist zum monster jagen irgendwie nicht so prickelnd ich sehe dann doch ganz gerne das schwert hin zeigt das gibt es doch gar nicht huch alter mega leck eben vor allem russia da an mich vorher das doch wahnsinn da wo kommen die alle her sie ist kein dem die auf einmal steht wieder einer da guckt er das mal an ich mal zum fahren sie natürlich ideal aber ein bisschen nervig irgendwo so popel so fast level 26 sehr schön so kurz das patient ich muss jetzt mal schnell gucken so entschuldigt die kurze unterbrechen aber ich will jetzt gerade mal schnell gucken wo gab es denn die rohstoffe dafür beziehungsweise ach warte mal ich kann ja mal in der wiki gucken eine sekunde gilt gleich weiter ich bin immer unvorbereitet für die aufnahmen denn ich dies auch Footwear das nächste Block kommen die nein nein ich bin doch gar nicht nein 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 Äh, Erz... Nee, das ist auch nicht das, was ich suche. Ach nein, ich bin ja auch blöd. Das kann in der Minecraft-Wiki gar nicht drin stehen. Stimmt ja. Ja, aber auf der Mod-Seite finde ich das nicht. Äh? So, gucken wir da noch mal schnell. Mod. So, steht hier irgendwas in der Beschreibung? Äh, oh ja, äh, äh, äh... Mal bevor hier... Äh, okay. Ähm... Ähm... Na, super. Steht natürlich nirgendwo dabei auf welcher... äh... Höhe man die... Einzelrohstoffe dafür finden kann. Zumal wir dann eh noch in den Nater müssten. Weil wir da auch noch Sachen brauchen. Na super, steht nirgendwo dabei. Das ist doch Wahnsinn. Okay, guck ich mal schnell so, wie ich da was finde. Pause, 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 Pause. Ja, warum kommen wir nicht? So. Follow me, bla bla bla, check me, check out the Mod, bla... Äh... Okay, vergessen wir das. Das brennt jetzt nicht deine Hand. Entschuldige Unterbrechung, die unnötige vor allem. Aber das bringt jetzt nicht deine Halbestände zu suchen. Als sich kein Schwein hier die Mühe macht und das richtig reinschreibt, wo das Zeug spawnt. Bisschen nervig, aber naja gut. Wie kommen die da alle her? Ja, das ist doch... Das ist der Nächste schon. Ja, kann ich jetzt gerne haben. Ja, keine Lust mehr. Gerade eine halbe Stunde vor den Viechern weg. Und irgendwo um der Ecke kommt er ans Nächste angerannt. Das ist doch nicht normal hier. So. Wollt jetzt eigentlich in den Langschen hier. Ich bin ja schon wieder. Wo war der denn? Hilfe! Ich verlaufe mich in den Scheißminen aber auch immer wieder, gell? Kannst ja keinem erzählen hier. Das ist Wahnsinn. Alter, die spawnen ja vor der Nase. Das ist doch... Gehört verboten hier. Ist auch bloß wieder Salz? Ich meine bloß ist gut. Später werden wir nicht genug davon haben, aber... Ich muss jetzt mal eine Brücke bauen. So, da hinten mal wieder ausleuchten. Aufnahme läuft noch. Jawohl. Okay. Dann haben wir hier Sackgasse. Natürlich. Und die Fackeln sind leer. Okay. Was ist schon wieder ein 64er Stack Fackeln weg? Das ist ja Wahnsinn. Äh... Salz, Kohle irgendwo? Ich sehe jetzt lieber eine Enchantete Spitzhacke. Ich meine, wir haben jetzt alles auf der Karte markiert. Wir können ja jederzeit wieder herkommen. Jetzt gucke ich mal, kommen wir da raus? Wohl eher nicht, ne? Nee. Ich glaube, ich kann nicht probieren, kommen wir nicht raus. Jetzt würde ich eigentlich gerne fast zurückgehen, dann noch ein paar Monster Level kloppen. Und dann gucken, dass wir die Enchantete Spitzhacke repariert kriegen. Einfach um hier mehr Rohstoffe zu krabbeln. Zumal wir ja dann auch für Stonehenge jetzt eine ganze Menge brauchen. Also Redstone, Eisen für die Werkzeuge, Pipapo, hast du nicht gesehen? Dann würde ich doch dann schon ganz gerne ein bisschen besser gerüstet sein mit verzauberten Werkzeugen. Ich meine, ich habe kein Problem damit, da jetzt 30 Spitzhacken abzuklöppeln, bis wir hier alles rausgeholt haben. Das ist nicht das Thema. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, hier eine große Minensession zu machen und jetzt 20 Folgen lang hier in der Miene rumzurennen. Wie lange wir schön Sachen finden, ist das alles kein Problem. Brando, Mist, Steck. Nee. Wird zwar keine Erfahrungspunkte, aber was alles? Warte, jetzt ist vielleicht der nächste. Kann auch mal abfackeln. Komm. Nee. Nee. So. Okay. Alter, das ist riesig, das Ding. Schwarzpulver. Yeah. Wir müssen auch noch einen Berg sprengen bei uns zu Hause. Haben wir immer noch nicht gemacht. Die Grafik-Bugs sind irgendwie erschreckend. Lava läuft hier ein bisschen komisch entlang, aber okay. So. Machen wir immer noch hell. Da oben geht es noch weiter. Huch. So. Wie mag es, dass irgendein Creeper hinter mir steht? Mir sind alle Monster im Prinzip egal, außer Creepern. Ich hasse sie einfach. Komm mal ran. Warum ist er jetzt noch explodiert? Ich war da weit genug weg. Alter, da tropft Lava von oben runter. Boah. Boah. Ach du Scheiße. Okay. Flitzen wir erstmal nach oben weg. Alter, das Ding ist riesig. Wahnsinn. Hätte ich niemals geglaubt. Das hättet ihr mir in die Kommentare schreiben können. Mit Screenshots und allem drum und dran. Ich hätte euch das nicht geglaubt. Irgendwie lagts ein bisschen brutal im Moment. Ich hätte euch das im Leben nicht abgekauft. Wenn ihr mir gesagt habt, dass ihr Riesenhöhen sind. Ich hätte euch das niemals geglaubt. Ernsthaft? Ich hätte das für ein Fake gehalten. Ich dachte ihr wolltet mich verarschen. Wahnsinn. Hätte ich niemals geglaubt. Sehr geil. Können wir einfach rüber bauen. Die Lacks sind zum Glück gar nicht nervig. Ich tue nichts hochladen im Hintergrund. Ich rendere nichts. Gar nichts. Aber irgendwie ist Minecraft im Moment ein bisschen pissig. Alter. Scheiß. Lecks hier. Das ist doch. Komm ran. Ist doch. Irgendwie leckt das ziemlich heftig ja teilweise. Jetzt bin ich in der Lava eben beinah krepiert. Finde ich nicht so geil. Okay. Falls wir da runter fliegen, dann landen wir nächstens weich. Jetzt wollte ich eben schon wieder Diamanten schreien. Aber ist das Eisen? Ich glaube wir haben schon wieder zu viele Mods drin. Ich glaube das packt das schon wieder nicht mehr. Kann ich mir zwar fast nicht vorstellen, aber trotzdem. Kleiner Scheiß stinker hier. So. Gibt es doch gar nicht hier. Komm. 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 Scheiße. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Alter. Wir hatten wieder über 20 Erfahrungslevel. Wir hatten Diamanten dabei, unsere Rucksäcke. das darf nicht wahr sein scheiße und da wird es natürlich genau in lava gestorben sind ist jetzt natürlich alles flöten also bei der todespunkt aber das ist genau in lava drin wir sind genau in lava gestorben 30 erfahrungslevel oder fast 30 wir haben keine rucksäcke und nichts hier ach scheiße das noch kurz vor staffelende ich könnte kotzen ich bin froh dass wir noch nicht mehr abgebaut haben ich würde mir jetzt mega in den hintern beißen wenn wir jetzt schon mehr abgegraben hätten zum glück habe ich noch das ganze holz und alles in die kiste gepackt verdammt er kann aufrägen mist ich hätte es an müssen steht da keinen guten oben verdammt ich könnte mich jetzt gerade hier bunt und blau ärgern mist ich wollte noch zurücklaufen haben gesagt nee komm gehen wir erstmal zurück wenn ich das war die level verlieren ein paar werden wir von einem dämischen scheiß creeper weggesprengt ja das ist wahnsinn ich kann mich jetzt noch stundenlang aufregen drüber was bringt ja nichts verloren ist verloren wir haben die sachen weg Mist hier das ist da naja was salz ist passiert wir können jetzt nichts mehr dran ändern Minecraft Adventure Update achso aber es ist trotzdem ärgerlich jetzt kann man natürlich gar nichts mehr entscheiden null level ach du kriegst den Motten ey in diesem Sinne ich mach ne kurz es tut mir leid ich mach ne kurze Aufnahme Pause ich muss mich jetzt kurz abregen ach 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 ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin und wir sehen uns gleich wieder tschüss ach 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 ach